Okay. Wie viele Wörter hab ich jetzt gelernt? Drei? Drei Worte hab ich gelernt. Ich hab jetzt schon 20 Worte. Was? 20 Worte? Schon krass. Ich hab nur 7. Sind hier noch irgendwo Tiere? Nö. Keine Tierchen. Alter, das war ein mega leck. Mir fehlt immer noch das letzte Tier. Mäh nö. Heul, heul, heul. Wollen wir in den Weltraum? Ja. Wir fliegen jetzt zur Raumstation. Machen mal ein bisschen Queste weiter. Gut. So. Auf, auf. Und da vorne hin. Mein Inventar ist voll. Ich geb dir gleich voll. Was ist das denn geschafft? Ja, ich muss ja erst noch ein paar Sachen reparieren, damit ich Platz ab hier. So. Raumstation, Raumstation. Da. Da waren wir doch. Wir fahren doch schon mal da. Aha. So. Warum ich nicht so wenig Lebenserhaltung? Ich will Lebenserhaltung aufladen. Eine Minute zwölf brauch ich. Bei mir werden nur 10 Sekunden ange... Ach ne, das bist du. Ich bin 10 Sekunden hinter dir. Oh, Leute. Warte, folgst du mir gerade? Hast du den Marker auf mir gesetzt? Naja, ich hab... Also ich hab deine Markierung quasi genau im Wege von der Raumstation. Okay. So. Okay. So. So. Ja, ich bin jetzt auch da. Ich sehe die Spur von deinem Antrieb hinter dir. Da ist noch ein anderes Schiff. Oh Leute, das warst du gar nicht. Ich sehe da zwei andere Schiffe. Äh, wo muss ich hin? So. Wir sollen uns erkunden über das Notfallsignal. So. So, hallo. Ich will nur schnell noch was checken, was für ein Multitool hatten wir hier. In dieser Station. Das ist irgendwie voll anders hier. Okay, der erschreckt sich, okay. Was ist das hier für ein Ding? Fünf lol, nee. Keinen Fall kannst du vergessen, alter. Okay, ich nehme an, dass du mir das gleiche sagst. Oh. Ich komme hier hoch, ja. Boah, gerade so. So mit den Typen sollen wir reden, ne? Ja, ja. Weg gehen. Oh. Ich komme mit denen nicht. Oh. Wir beobachten dich, reisender Freund. Finde das, was wir dir hinterlassen haben. Ah, okay. Den Code wiederholen. Hier kann ich jetzt interagieren. Ja. War das die? Nee. Er sagt mir nix. Sagst du mir was? Lebenszeichen entdeckt. Ich hab den Typen gefunden. Aber ist das der gleiche bei mir auch hier? Das weiß ich natürlich nicht. Code wiederholen. Tatsächlich, die Haltung der Aliens verändert sich. Es wirkt nicht feindselig. Seine hilfsbereite Haltung ist jedoch verschwunden. Er hat offensichtlich kein Interesse daran, diesen Code zu hören. War das doch nicht. Der war es doch nicht. Okay, dann ist das unterschiedlich bei uns. Den Code wiederholen. Jetzt. Wir beobachten dich, reisender Freund. Finde, was wir dir hinterlassen haben. Obwohl der Aliens spricht, stammen die Worte nicht von ihm. Der Code wird in Form eines grellen roten Lichts zu mir zurückgeworfen. Und verwandelt sich in Koordinaten. Oh, Magic, Alter. Das pupune Licht verblasst und die Lebensform starrt mich an. Was auch immer passiert ist. Sie scheint es nicht gesehen zu haben. Ich sollte gehen und finden, was auch immer man mir hinterlassen hat. Alter Scheiß, ich hab Hunger. Oh nein, wirklich? Ich hab voll out of text. Gerade bei Aufnahme gestartet. Ich hab Hunger. Vollstrecker. Aber dem kann man... Hä, was? Nein, ich will... Ich warte, bis wir zu den Koordinaten können, Marvin. Wieso kann ich jetzt nicht mit den Leuten hier reden? Hm. 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 Ah, wir müssen auf einen anderen Planeten. So. Sag mal, wenn du aus der Station rauskommst. Hm. Achso, scheiße mal. Ich wollte eigentlich noch, bevor ich jetzt abhaue... Lohnt sich das jetzt? Nee, ich warte, bis ich ein... Warte, eine Sache wollte ich noch machen. Ja, ich bin gleich da im Moment. Nein? Ja, ja. Ich wollte noch, dass... Korrault verkauft. Nee, da... Da will ich keine Plätze auf Schiffsinventar. Genau, genau deswegen. Wenn ich wieder einen Schiffsinventar plötzlich habe. So. Und einmal hier hoch. Wetten sagt er mir dein Schiff außer Reichweite. Dann lass dich aber aus, ey. Wehe. So. Ui. Verkaufen. C wechseln. Okay. So viele Wirbelwürfel, Alter. Glaub ich verkauf auch mal 10 von den Wirbelwürfeln. Ah, Gold. Cool. So. Von ionisiertem Kobalt behalte ich 500 Mal. Okay. Kann sein, dass man es irgendwann mal wieder braucht. Die Kapseln zum Beispiel braucht man es ja auch. So. Ich habe eine Million Units. Nice. So viel? Mhm. Ich habe nur 40.000. Dieses Kobalt gibt richtig viel. So. So. Gut. Ich komme dann jetzt mal. So langsam. Reise, mein Schlein. Ist bereit? Wäre ich gerade wieder. Ach so, Investor. Ok. Das überspringe ich mal. So, ich bin da. Wir müssen auf einen unbekannten Planeten, ist klar. Ja, ich flieg schon. 40 Sekunden. Eiweißperlen gibt es da. Er sieht echt so ein bisschen aus wie die Erde nur in verbrannt irgendwie. Okay, und mit einem großen Ring. Also doch nicht wie die Erde, oder? Ein bisschen. Nur in rot. Oh nein, wir müssen auf die dunkle Seite des Planeten. Auf die dunkle Seite? Ja, es ist dunkel. Es sieht fast schwarz aus. Kann sein, dass es in der Aufnahme dann blöd ist auch. Ah, jetzt sehe ich auch das Schwarze. Es ist Noacht. Oh, aber schön gesehen. Oh Leute, ach es ist ein riesiger Frachter. Geil, ups. Ich will nicht spoilern. Ja, ist egal. Frachter haben wir ja schon gesehen. Ja, und diesmal haben wir eine Mission. Oh Gott. Oh Gott, aber Hauptsache da ist noch so ein riesiger fetter Stein im Weg. Vor der Landung rein. Kann ich da nicht? Moment. Moment, Moment, Moment. Hat es geklappt? Na, schade, leider nicht. Boah, fast, Alter. Fast, Alter. Ja, fast, Alter. Ja. 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 Neuer Anleitungsantrag, Geld verdienen mit P-Mär. Da war gerade die neue Währung an der Zeit. Okay. Mit P-Mär. Ja. So, hier konnte man noch. Ah, cool, wir brauchen hier keine Lebenshaltung. So, hier konnte man noch Sachen abholen. Chromatisches Metall... Alter, was kostet denn das hier alles so viel? Chromatisches Metall... Scheiße. Was ist da drin? Raumschiff Starttreibstoff. Wie viel chromatisches Metall hab ich noch? Okay. So, hier kann man das Ding noch ausgraben, ne? Und das hier. Ja, genau. Perfekt. So. Was ist hier so schönes drin? Nochmal Raumschiff Starttreibstoff. Brauchst du Raumschiff Starttreibstoff? Äh, ne. Ich eigentlich auch nicht. Oh Leute, du kannst die... Schön, dass wir den Ring von hier aus sehen können. Die Ringe. Bist du schnapp gehoben? Raumschiff, ne. Ich hab noch gar nichts. Was baut der... Äh, kauf in einer Raumstation Mikro-Prozessoren. Erforderliche Units. 995.000. Nein, ich hab meine... Dinger weggepackt. Den einen, den ich hatte. Ach, ist das da auch? Ne? Plötzlich. Wir sind noch mehr... Aua! Was ist da? Unbekanntes Gebäude. Da fahren. Stiegen wir da mal hin. Weg hier. Ich hab ein stabiles Gel gefunden. 50.000. 50.000 Units ist das wert. Was? Ein Raumschiff nicht in Reichweite. Ficken. Ich muss das ins Raumschiff packen. Die ganze Scheiße. Oh, lol. Was? Lol. Hier sind Roboter. Wann los? Roboter? Ja, hier sind Maschinen. Okay. Ich brauch Kohlenstoff. Und ich brauch chromatisches Metall. Hier dürfte doch... Hier sind Container. Warte. Sind hier überhaupt noch mehr Frachten? Warte. Da ist noch ne Fracht. Da ist noch ne Fracht. Okay. Hier sind mehrere Frachten auf jeden Fall. Ich glaub ich komm noch mal zurück später. Sieht auf jeden Fall so schön aus der Planet. Ja. Was hat denn der für Proportionen? Oh, aber welche Frachten? Wächter sind wütend. Wächter sind wütend. Oh, oh. Hier sind riesige Container. Ich weiß nicht. Muss man die mit dem Schiff aufschießen? Ich glaub schon. Wie riesige Container? Große Container mit Silber und anderem Zeug. Ach so. Das ist irgendwie... Da konnte man Materialien draus klauen. Damals quasi. Ja, ne? Nichts gefunden, alter. Ich... Oh, Kohlenstoff. Fällt man Bäume abpflanzen gehen. Ja. Mit dem Schiff. So. Gib mich Kohlenstoff. Alter. Sache. Der Raid des Jahrhunderts. Piu, 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 piu. Nein, ich bin grad in der Antenne hängen geblieben mit meinem Schiff. Ach so. Handelsstützung sagst du? Ja, ich weiß nicht. Das sieht fast wie eine ganze Stadt aus hier. Okay. Also hier ist ziemlich viel drum herum auch. Was ist da unten? Unterirdisches Relikt. Okay. Äh. Hatte ich noch Kupfer im Inventar? Null. Scheiße. Irgendwas ist hier wieder voll verbuggt. Okay. Alles klar. So, da gibt's doch bestimmt irgendwo Kupfer vorkommen, oder? Da. Ja, genau. Als ob ich da oben hingehe. Ich bin lebensmüde. Paraffinium. Natrium. Nee. Wer ist da? Frachterabwurf. Natrium. Unbekanntes Grab? What? Was ist denn ein unbekanntes Grab? Na. Ein Grab? Von dem man nicht weiß, wem es gehört. Nee, Mann. Ja, das ist klar. Aber was kriegt man da? War so eher die Frage. Oder was macht man da? Oh boy, Alter. Ich habe hier ein Multitool gefunden. Kostet 4,304 Millionen. Okay. Sieht echt krass aus. Sieht eher aus, als wäre das... ...ne biologische Waffe. Also so eine Mischung, so eine Cyborg-Waffe eher. Biologische Komponenten hat die. Warte, ich komme gleich mal rüber zu dir. Kann ich mir den Frachter irgendwie markieren oder so? Damit ich hier wieder zurückkomme später? Warte. Ich mache mir mal... Nee. So. Ähm. Das geht immer wieder weg. Scheiße. Ich markiere mal... Nee, nicht das. Das Technologie-Modul, was hier in der Nähe ist, markiere ich mal. Wie weit bist du weg? Äh, ich weiß grad nicht. Ist das da hinten schon? Bei den 400 Metern? Ich weiß nicht. Ich rede grad mit jemandem. Achso, okay. Dann bist du da. Oh nein, mir fehlt ein Nanithaufen für den fortgeschrittenen Minenlaser. Ein blöder Haufen. Ripp würde ich mal sagen. Oh Gott. Das ist, äh, belastend. Oh, mir ist tatsächlich ein bisschen was los. Ja, oder? Boah, dieses rote Gras, Alter. Der sieht schon irgendwie geil aus. Richtig pur rot. Und dein Schiff macht unheimlich laute Geräusche. Und mein Schiff? Mhm. Warum? Ich glaub, dass das dein Schiff ist, was da so brummt. So. Hä? Das ist ungefähr das gleiche, was ich habe. Nur nicht kaputt. Ja? Sag mal. 3,4 Millionen. Was? 3,4? Achso, ja, weil du das eintauscht gegen eins. Ich brauch noch einen, die taufen, Alter. So, was hat der so? Eintriebssiklenen, Nanitroof. Was hat denn der für Blaupläne hier am Start? Teleportempfänger, 150. Schildgitter, Gefahrenschutz-Upgrade. Grundkapazität. Grundkapazität des Gefahrenschutzes. Natrium, Diode und Antimateria. Uh, klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. Auch leider Zeit, Scann-Radius. Hm. Will ich das Schildgitter haben? Ich glaube fast ja. Ja, ich will das Schildgitter haben. So, was ist das? Präzision. Ne, danke. Komponente. Ähm. Wir haben als Komponente. Oh, er hat auch Natrium-Dioden. Gleich mal eine kaufen. So, Absprungkapsel-Koordinaten hat der auch. Halbleiter-Glas. Ich glaube ich kaufe auch mal so eine hier. Also der Planet ist cool. Und mehr hat er nicht. Scheiße. Äh. Wie hast du? Was hat das galaktische Handelsnetzwerk für mich? Muss ein Ventar kaufen. Was hat der hier so zu kaufen? Parat. Pyrite hat der? Aber das will ich auch nicht. So. Mikroprozessor brauchen wir, sagst du, ne? Ja. Mh. Müssen wir vielleicht doch nochmal auf die Station hoch. Ne, die gibt es hier zu kaufen. Ja, aber da waren gerade nur drei für mich zu kaufen. Wie viele brauchte man? Fünf. Der hat 55 hier beim Handelsnetzwerk. Wo, was? Keine freien Plätze im Handelsnetzwerk. Warte, da hinten bist du? Du bist wieder beim großen Frachter? Das kann ich. Ne, das ist eine Markierung von mir. Ich wollte die da, weil ich dann nochmal zurückkommen wollte gleich. So. Ah, mein Schiff ist hier. Okay. Moment, kann ich hier irgendwas weghauen? Da bist du. Kobalt, Pyrite, Sauerstoff. Ähm. Und was brauchte ich? Warte, ich platziere den, ich mach's mal so. Ich platziere den Signalbooster hier. Scheiße, ich brauch Antimaterie. Für? Für dieses ein Upgrade. Was? Verkauft er hier nicht? Fuck, er verkauft hier keiner mit der Materie. Ich hab die Loop hin von dem Scheiß halt noch nicht. So. Wohlwohl. Achso, achso, achso. Klar. Okay, ne Moment, dann ruf ich jetzt das Schiff erstmal hier her. So, du hast wieder deinen, ne du hast den Platz nicht belegt. Was hab ich? Dann werde ich den vielleicht klauen. Was ist das hier für ein Typ? Lol. Lol. Er fliegt grad. Was? Ich hab ihn angesprochen und er fliegt gerade weg. Lol. Er ist grad in der Luft, ich bin grad ihn, ich bin noch dabei ihn anzusprechen. Hahaha. Ich bringe ihn grad beim Fliegen zu. Er fliegt nur im Kreis. Er hat gar nix, alter. Er hat nichts im Verkauf. Er fliegt einfach nur im Kreis. Die ganze Zeit. Lol. Was ein Idiot. Ähm. Hm? Ich komm aus diesem Bildschirm nicht mehr raus. Ich komm aus dem Bildschirm nicht mehr raus. Oh nein. Marvin hat das Spiel gebroken. Kommt er wieder zurück? Och ne, oder? Aber ich kann nichts machen. Kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr machen? Vor 14 Minuten, alter, nein! Hast du viel im Inventar? Sonst würde ich dich einfach töten. Aber du hast wahrscheinlich viel im Inventar. Wenn du mich tötest, dann verliere ich das ja. Nee, darum frag ich ja gerade. Vielleicht hast du ja gerade alles verkauft. Obwohl jetzt ist es egal, weil... Komm ich ja echt gar nicht mehr raus jetzt? Was ist doch Dreck, ey. Ja, ich muss den Spielstand neu laden, glaub ich. Oh, blöd. Das sackt aber richtig. Geht nicht anders. Ja.